Moin und herzlich Willkommen zu Searchcamp, dem Online-Marketing-Podcast mit wichtigen Insights rund um SEO, SEA und Co. Mein Name ist Markus Hövener und jetzt geht's auch direkt los. Viel Spaß. Ja, moin. Schön, dass ihr da seid bei Searchcamp. Heute ist es so ein bisschen Searchcamp on Tour. Ich bin nämlich oben an der Nordsee und spanne ein paar Tage aus, aber wie immer arbeite ich auch zwischendurch ein bisschen und habe heute mein mobiles Podcast-Studio mitgenommen. Ich hoffe, die Qualität ist okay. Ihr kommt damit zurecht. Ja, weil es ist nicht so ganz die kontrollierte Umgebung, die ich vielleicht sonst habe. Aber sieht erst mal ganz gut aus, auch wenn es vielleicht gerade ein bisschen wild aussieht vom Technik-Setup. Ja, ich habe euch heute was mitgebracht und zwar das Thema SGE. Das ist was Neues von Google, die Search Generative Experience. Google hat ja vor einigen Tagen auf der I.O. vorgestellt, wie sie mit diesem ganzen AI-Thema umgehen möchten. Sie waren natürlich etwas unter Zugzwang, weil ich glaube, wir alle haben Chat-GPT mitbekommen und wir alle haben vielleicht auch New Bing schon in Aktion gesehen. Also eine Suchmaschine, die nicht die klassischen zehn Suchergebnisse ausspuckt. Sondern ja, ein Language Model erzeugt dann halt einen schönen textlichen Output und den kann man sich dann durchlesen. Also was ganz anderes als Suchergebnisse. Und auch wenn Google da schon lange dran gearbeitet hat, Bing war jetzt einfach schneller und haben sie da so ein bisschen, glaube ich, kalt erwischt. Und deswegen hat Google das jetzt vorgestellt Anfang Mai und hat jetzt auch ein Dokument dazu veröffentlicht. Das heißt A New Way to Search with Generative AI. Und ja, dieses Dokument könnt ihr natürlich selber lesen, sind 19 Seiten oder ihr hört mir einfach jetzt kurz zu. Ich habe es für euch zusammengefasst, ein bisschen den Marketing-Blub rausgenommen und vielleicht auch noch ein bisschen von meiner Meinung mit reingerührt. Und dann glaube ich, kommen wir da ganz gut mit zurecht. Erstmal ganz wichtig, was Google ganz klar sagt, es ist alles experimentell. Es sind frühe Schritte in dem, was das da sein wird. Ja, angesiedelt ist das Ding sowieso jetzt erstmal in den Search Labs. Das ist ein sehr schönes Ding. Kann man allerdings null mit anfangen, wenn man aus Deutschland kommt und deutsche Sprache spricht. Also das Ganze geht erstmal nur für englische Sprache und USA. Sonst kannst du dich da gar nicht für anmelden und dir das angucken. Kannst du natürlich immer schaffen, aber standardmäßig erstmal nicht. Ja, deswegen, was hat sich da geändert? Ich habe es letztens schon mal, ich habe ja noch einen Podcast mit dem Olaf Kopp zusammen, das OM-Café. Da haben wir in Episode 13 schon drüber gesprochen. Es gibt jetzt sogenannte Snapshots. Snapshots heißt, zwischen den Suchschlitz und das erste organische Ergebnis schiebt sich so ein großer Block, der ist farblich hinterlegt. Und da ist dann quasi diese AI-Antwort mit drin. In den meisten Beispielen war das eine moderate Menge an Text. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Und das ist eben das, was jetzt neu ist, der sogenannte Snapshot. Und das scheidet sich ein bisschen von dem, was Bing da macht, weil Bing hat ja im Moment noch einen Tab, den ich erst auswählen muss. Und hier ist es eben so kein Tab, sondern Google entscheidet, ob es diesen Snapshot generiert oder nicht. Zumindest ist es im Moment so. Google sagt auch ganz klar, der wird nicht immer generiert. Und ich glaube, nicht immer ist es noch eher etwas übertrieben, weil das klingt so nach 80 Prozent. Das glaube ich überhaupt nicht. Es gibt sicherlich viele Suchanfragen, Suchanfragenkategorien, wo das Ganze einfach überhaupt keinen Sinn macht, einen Snapshot zu liefern. Das sind natürlich klassisch erstmal Navigational-Anfragen. Also ich tippe einfach ein CNN, weil ich auf die Website von CNN möchte. Da macht es keinen Sinn, einen Snapshot zu generieren. Oder No-Simple-Fragen wie, wie alt ist Olaf Scholz? Da macht es eigentlich auch keinen Sinn, dafür einen Snapshot zu liefern. Da kriege ich das Ergebnis ja eigentlich schon geliefert, schon in den Suchvorhersagen. Wo Google häufig darauf abzielt in letzter Zeit ist Nora. Nora meint jetzt nicht das, was wir früher noch aus den Zeiten von Dieter Bohlen kennen, sondern steht für No One Right Answer. Das heißt, eine Suchanfrage, für die es eben keine richtige Antwort im Internet gibt. Zum Beispiel, weil die Frage sehr komplex ist. Zum Beispiel, weil ich Informationen zusammenführen muss, um diese Frage erstmal zu beantworten. Und deswegen erstmal, dieser Snapshot, wie gesagt, wird in Zukunft sicherlich nicht immer generiert werden, aber auch nicht häufig. Weil für viele Suchanfragen macht es einfach keinen Sinn. Ich hatte letztes Mal vorhergesagt, dass wahrscheinlich kommerzielle Themen da auch ausgenommen sind. Es scheint so, dass es nicht so gemeint ist. Weil Google hat natürlich den Shopping Graph im Hintergrund und hat viele Produktinformationen. Auch in Bezug auf lokale Verfügbarkeit, in Bezug auf Bewertungen. Also da steckt viel Komprimierte drin. Und deswegen macht es natürlich offensichtlich für Google Sinn, dass wenn ich jetzt eine kommerzielle Suchanfrage stelle, was weiß ich, ich will ein E-Bike kaufen, dass ich dann eben auch so einen Snapshot kriege, schon mal direkt mit ein paar E-Bikes ausgewählt. Das werden wir alles sehen müssen. Aber das, was Google an Beispielen heraussucht, das hat oft wirklich natürlich was damit zu tun, wo sie auch den Case sehen. Und wenn sie schon ein Shopping Beispiel heraussuchen, glaube ich, sehen sie da auch wirklich den Case für solche Sachen. Sie sagen allerdings auch immer, dass sie nicht einfach nur die Produkte dann auflisten, sondern dass sie zum Beispiel auch, ja, Pointers nennen sie das, also so Tipps dir an die Hand geben, was wäre denn jetzt entscheidend, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Und da werden wir auch sehen müssen, wie das mit den anderen Funktionen oder SERP-Features zusammenpasst, die Google so in letzter Zeit geplant hat für Shops, zum Beispiel die sogenannten Buying Guides, wo ich halt auch viele Informationen an die Hand kriege. Und ja, weiß ich noch nicht, ob das dann alles so, ob das vielleicht dann einfach in den Snapshot mit reinrutscht oder nicht, weil irgendwann werden die Suchergebnisse da natürlich auch echt ein bisschen voll. Übrigens auch bei allen den Beispielen, die Google jetzt auf der I.O. vorgestellt hat, das war alles immer Desktop-Modus. Das ist natürlich dann auch die Frage, wie das dann so mobil aussehen wird, weil Desktop kannst du vier Absätze Text-Snapshot liefern. Mobil wäre das vielleicht schon fast ein bisschen zu viel. Also ob sie dann den Output ein bisschen drosseln, werden wir sehen. Das, was Google auch nochmal kommuniziert hat, ist, es ist immer ein Tandem. Also es gibt nicht nur Generative AI und es gibt nicht nur normale Suchergebnisse, sondern idealerweise arbeitet das beide zusammen. Das heißt, diese normalen Suchergebnisse, so wie wir sie kennen, die werden bleiben. Sowohl aus dem Snapshot heraus wird auch weitere Dokumente verlinkt, als auch unterhalb der Snapshots, die normalen Suchergebnisse sollen weiterhin funktionieren. Man sieht den Snapshot so ein bisschen als eine Zusammenfassung, als ein Jumpstart. Und betont aber trotzdem immer wieder, dass die Leute ja trotzdem dann eben die Fülle des Internets trotzdem haben wollen, dass sie dann trotzdem draufklicken und trotzdem, obwohl eigentlich in einem Text vielleicht schon eine gute Antwort drin ist, dass sie sich dann trotzdem noch andere Perspektiven anhören. Und da wird ehrlich gesagt die Zukunft zeigen, ob das dann auch so passieren wird. Interessant ist natürlich auch ein bisschen, muss man ganz ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, ja, so klassische Werbeplätze habe ich da wenig gesehen. Google sagt natürlich, eine Werbung spielt eine Critical Role. Klar, vollkommen logisch. Irgendwomit müssen die Geld verdienen. Und das sind natürlich vor allem auch Werbungen. Das werden wir sehen müssen, wie das dann so aussieht. Weil wenn erst oben vier Werbungen kommen und dann erst der Snapshot und dann erst die organischen Suchergebnisse, weiß ich noch nicht so ganz, wie das alles zusammenpassen soll. Da wird Google sicherlich viel experimentieren. Aber wichtig ist natürlich, sie wollen sowohl den Seos ihr Futter geben, als natürlich auch den Seas. Und gerade den Seas müssen sie ihr Futter geben, weil davon leben sie. Und das wird sicherlich eine spannende Sache werden, wie man das Ganze ausbalancieren wird. Google betont natürlich auch noch mal den Conversational Mode. Das heißt, man stellt nicht nur eine Suchanfrage und dann ist gut, guckt sich die Suchergebnisse an, sondern man kann die entweder auch noch mal verfeinern. Das, was man typischerweise macht. Dafür gibt es auch unterhalb von einem Snapshot schon Empfehlungen, wie man es verfeinern könnte. Oder man kann natürlich auch einfach eine komplett neue Suchanfrage stellen. Aber wenn man verfeinert, bleibt man immer in dem gleichen Kontext drin. Der Snapshot passt sich dann an, die Suchergebnisse unten drunter passen sich dann auch an. Und das ist natürlich, also ich finde eigentlich, in dem, was ich gesehen habe, sah das erstmal alles gut aus. Wie gesagt, das bleibt spannend. Es gibt natürlich ein paar Themen, wo Google wirklich Schmerzen hat. Und ich glaube, das war auch eher der Grund, warum so schnell das ganze Feature nicht kam. Weil ich glaube, wenn Chat, GPT und Bing jetzt nicht gewesen wären, hätten wir das so jetzt nicht gesehen. Weil es einfach noch Probleme gibt. Und darauf geht Google in dem Dokument auch noch mal ein. Wir alle, glaube ich, kennen mittlerweile den Begriff der Halluzinationen. Also, dass so eine AI einfach mal Sachen erfindet. Google weist immer darauf hin, dass sie versuchen, solche Probleme möglichst gering zu halten, indem sie überall irgendwelche Safeguards einbauen und ganz bestimmte Schranken hochsetzen. Also so, dass im Zweifel dann eher kein Snapshot ausgeliefert wird, als dass dann falscher ausgeliefert wird. Also gerade dieses Thema Confidence fällt oft, gerade auch bei Your-Money-or-Your-Life-Themen. Das heißt, Google ist sich seiner Verantwortung natürlich bewusst und gerade bei medizinischen Themen natürlich darf da nichts Falsches stehen. Und auch deswegen an Punkten, wo Google sich nicht hundertprozentig sicher ist, gerade bei medizinischen, finanziellen Themen, werden sie einfach im Zweifelsfall dann keinen Snapshot ausliefern werden. Natürlich, ein paar Themen sind sowieso ausgeklammert. Also alles, was so suizidal ist, alles explizite Themen natürlich auch. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut ins Deutsche übersetzt. Also Explicit-Content wird sich dort nicht wiederfinden und alles, was auch gefährlich ist. Also wenn ich jetzt frage, wie baue ich mit Küchenzutaten eine Bombe, wird mir kein Snapshot ausgeliefert. Insgesamt auch ein Thema ist natürlich Creativity. auch da sieht man natürlich so ein Chat-GPT durchaus mal. Google versucht sich da eher zurückzuhalten. Also es geht nicht unbedingt darum, da jetzt irgendwie einfach irgendeinen Unsinn ausdenken lassen zu können. Dieses Thema Factuality versus Fluidity fand ich da auch nochmal ganz schön. Also was heißt das? Es ist im Allgemeinen so, dass wenn Menschen etwas Sprachliches sehen oder hören, dann glauben sie dem eher. Und der Snapshot ist natürlich was Sprachliches. Also da steht jetzt auf einmal irgendwas. Und was geschrieben ist, stimmt. Und genau diesen Fehler will man natürlich vermeiden. Und deswegen ist man bei Google schon sehr, sehr bemüht, auch hier nochmal, wenn man nicht daran glaubt, dass die Antwort richtig ist, dann wird man sie im Zweifelsfall eben einfach gar nicht ausgeben. Und doch wird es natürlich Snapshots geben, die einfach grundlegend falsch sind. Und ein ganz großes Thema ist natürlich auch der Bias. Also wenn man davon ausgeht, dass all diese Maschinen ja auf Content aus dem Internet trainiert werden, dann ist es natürlich auch so, dass sie ja diverse Vorbehalte, wenn man es mal so nennen möchte, auch mitnehmen. Ein schönes Beispiel fand ich in einem Dokument, dass sie sagen, es wird zum Beispiel bei Sportlern vielleicht nicht immer gesagt, dass es männlich ist. Also zum Beispiel, wenn wir von der Bundesliga sprechen, von der Fußball-Bundesliga, meinen wir ja in der Regel die männliche Fußball-Bundesliga und eher selten die weibliche. Und dadurch, dass eine Maschine das lernt, kann sie natürlich, könnte die Maschine auf die Idee kommen, dass Frauen hier einfach keine Rolle spielen, dass immer die männliche gemeint ist. Und solche Probleme gibt es natürlich. Und das weiß Google, das ist natürlich einfach ein Problem. Sie versuchen, dem natürlich immer algorithmisch zu begegnen, aber natürlich haben wir trotzdem immer das Problem, dass wir das nie ganz rauskriegen werden, weil, nochmal, die Maschinen, die basieren einfach auf dem, was im Internet passiert. Und wenn da auf einmal nur noch Nazis rumlaufen, dann kann es durchaus passieren, oder vielleicht nur wenige Nazis, aber die schreiben viel, dann wird das natürlich diese Maschine in irgendeiner Weise negativ beeinflussen. Ich komme so langsam zum Ende. Und die wichtige Frage ist natürlich, solltest du Angst vor dem haben, was da passiert? Kann dir das was wegnehmen? Ja, erstmal gibt es einen schönen Satz auch aus dem Amerikanischen You shouldn't be afraid, you should be terrified. Sehe ich hier nicht so. Also erstmal vielleicht insgesamt auf dieses ganze Thema bezogen. Google weiß, dass da Links rein müssen, Google weiß, dass da Werbungen rein müssen. Ich vergleiche das immer so ein klein bisschen auch mit Flugzeugen. Ein Grund, warum so wenig Flugzeuge abstürzen, ist, dass beide Parteien, die da drin sind, abends nach Hause wollen. Also sowohl Pilot, Pilotin wollen nach Hause, als auch die Passagiere. Wenn wir keinen menschlichen Pilot mehr hätten, hätten wir vielleicht mehr Unfälle, weil einfach die Motivation wäre geringer. Und hier ist es eigentlich auch so, dass Google natürlich weiß, was sie liefern müssen. Und wenn Google jetzt zum Beispiel hinkäme und würde sagen, wir haben hier einen Snapshot geliefert, aber haben da überhaupt gar keine Links für dich eingebaut, dann wissen sie auch, dass das Internet auf die Barrikaden geht und vielleicht einfach, ja, dass Sachen passieren, die einfach nicht schön sind. Und genauso natürlich, dass da Werbung rein muss. das ist schon, ich glaube, allen ist klar, was da passieren muss. Zurück zu der Frage, solltest du dafür Angst haben? Ich finde erstmal wichtig zu sagen, wir wissen noch nichts. Wir haben für normale Suchergebnisse, kennen wir die Daten aus der Search Console. Wir wissen, was ist eine normale Klickrate auf erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Position. Das können wir relativ einfach das ist bekannt. Diese Daten haben wir. Dafür haben wir noch keine Daten, vor allem, weil sie noch gar nicht existieren. Das heißt, wir können uns jetzt alle bekloppt machen und sagen so, hey, das ist aber jetzt echt super gefährlich für unser Geschäftsmodell. Oder wir warten es eben einfach mal ab. Gerade nochmal der Hinweis von Google, dass die Snapshots nicht immer kommen werden. da glaube ich absolut dran. Also es wird eine große Anzahl an Suchanfragen geben, für die einfach weiterhin normale Suchergebnisse ausgeliefert werden. Und wenn wir diese Daten irgendwann mal haben, so Google uns die liefern wird, woran ich noch gar nicht glaube, ehrlich gesagt, dann können wir immer noch entscheiden, ob uns das Ganze wehtut. Ob wir unseren Content vielleicht sperren müssen dafür oder irgendwelche anderen Wege gehen müssen. Davon sind wir aber noch relativ weit entfernt. Also nur, weil es das jetzt experimentell gibt, heißt es natürlich definitiv nicht, dass das jetzt morgen schon kommt und groß ausgerollt ist und alle Leute vergessen einfach auf einmal, wie eine Suchmaschine eigentlich jetzt 20 Jahre lang funktioniert hat und alle nutzen nur noch das. Ist ja bei Bing, ehrlich gesagt, auch nicht passiert. Also nur, weil Bing jetzt die Chatfunktion mit drin hat, hat sich der Marktanteil von Google nicht nachhaltig ins Negative verändert. Also wir haben natürlich auch alle eine gewisse Trägheit und nutzen einfach Sachen so, wie wir sie immer genutzt haben. Trotzdem natürlich die Frage, muss ich meine Strategie anpassen? Ich glaube, insgesamt, es wird ganz bestimmte Suchanfrageklassen geben, die natürlich hier vielleicht ein bisschen bedroht sind. Das war aber auch vorher mit den Featured Snippets ganz genauso. Also ein Featured Snippet konnte auch den Effekt haben, dass ich, ich war zwar auf der ersten Position und ich hatte eine enorm große Darstellung, es haben aber weniger Leute draufgeklickt, weil die Antwort oft schon in den Suchergebnissen gegeben wurde. Und wenn ich nur eine einfache Frage gestellt habe, respektive etwas, wozu es eine einfache Antwort gibt, dann hat das Featured Snippet mir das oft schon erzählt. Und trotzdem war es dann nicht so, dass keiner mehr draufgeklickt hat. Aber es gibt natürlich solche Suchanfragen und deswegen gäbe es sicherlich manche Content-Formate, wo ich jetzt keinen Fokus mehr drauf setzen würde. Also gerade zum Beispiel so ein Glossar, also definier mir einen Begriff, ja das kann so ein Snapshot dir wahrscheinlich in Zukunft super liefern. Ob er das tun wird, ist noch eine ganz andere Frage. Also ob Google da seine Ressourcen wohl investiert sieht, eine ganz andere Frage, weil das darf man auch nicht vergessen, diese Generative AI Sache braucht sehr viel Ressourcen, um die Antwort zu geben. Und ein klassisches Suchergebnis mit einfach nur zehn blauen Links ist einfacher und günstiger zu berechnen. Das heißt, ist übrigens auch ein Grund, warum Google nicht einfach jetzt für jede Suchanfrage so einen Snapshot ausliefern wird, weil es einfach viel zu teuer wäre und vielleicht hätten sie gar nicht genug Hardware, um das zu machen. Also auch deswegen würde ich persönlich dazu raten, erst mal einen Ball flach halten, vielleicht wirklich sich mal zu überlegen, was produziere ich da eigentlich in Conte. Als Content ist das etwas, wo in Zukunft vielleicht ja so eine Maschine relativ flott eine Antwort ausliefern kann. Und nochmal typisch würde ich da ein Glossar sehen. Da würde ich vielleicht jetzt nicht so sehr einen Fokus drauf setzen, sondern eher auf Themen, die eben auch komplexer sind, die vielleicht auch eine Meinung beinhalten. Das wären für mich so ganz klassische strategische Empfehlungen. Okay. Ich sehe, wir haben die 20-Minuten-Marke gerade überschritten. So lange wollte ich eigentlich gar nicht reden, habe ich jetzt aber trotzdem. Ich gehe jetzt gleich nochmal an den Strand. Ich wünsche euch was Schönes. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. und wenn ihr mit mir darüber diskutieren wollt, dann tut das bitte. Schickt mir einfach auf LinkedIn einfach gerne eine Nachricht und dann lasst uns quatschen über das Zeug. Super, das war's. Bleibt dran an dem Thema. Auch da vielleicht noch ganz kurzer Hinweis. Es gibt von mir ja monatlich den SEO-Monats-Rückblick. Kann ich euch immer nur zu einladen. Also wann immer hier was Neues kommen wird, werde ich es dort besprechen. Wann immer wir Daten haben, wann immer wir irgendwie strategische Implikationen haben? Dann wird es dort genannt werden und ihr kriegt es auf jeden Fall mit. Gut, das war's. Ich wünsche euch was. Bis dann. Bleibt gesund. Ciao.